so liebe leute weiter geht heute mit der amateur trafi los geht's so es sind drei schon gesagt habe 90 jahre zu holen wir fahren mit dem bild mit dem benz oder mit dem audi kommt er hat sich schon geärgert die ganze zeit gut letzte fahrzeuger und die aber doch auf die heute Ein kleines Turnierchen. Waffe haben wir zur Präferziehung und der Rundfall von HALT 17. Das ist so für mich das, was du heute erreicht hast. Ich weiß bewusst mit dem Audi, wer ist also ein manch anderer Mara. Ich wehre mich gegen eure Rattelei, wir führen, wenn wir das Räder an mir zu fahren wollen. Oh, der ist nicht schlecht, der war junger, der versuchte mich meine Moves zu konterten. Also ich versuch immer wieder nicht wegzuploppen. So. Können wir die 1.17 jetzt schon schaffen? Ich glaube nicht. Da fehlt uns leider ein bisschen Zeit. Ich weiß nicht, aber wo auch keiner ist, der sieht an mir. Ich bin aber auch gar nicht nervös machen. Jetzt hat sie mich ein bisschen so lange nervös gemacht, bis ich den Fehler drin hatte. Dann war ich das. Dann ist das Kuchen. Ich glaube nicht. Ich weiß keinen Sinn. Ich weiß nicht. 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 Passt mich. Ich weiß nicht. Wir sehen uns. Ja, ein Traum-Nicolz überholt, glaube ich. Ich bin schon ein bisschen mehr gehalten, jetzt hoffe ich, dass ich das auf den Felder wieder mache. Ich glaube, wir haben heute noch gehalten, meine Damen und Herren. Die Saison in der 4.00 Uhr, glaube ich, wenn ich es euch nicht gesehen habe. Ja, wir haben sie! 1.16.694 müsste es gewesen sein, wenn ich es richtig gelesen habe. Ich glaube, das war die Beste von 1.16er Zeit. Ja, 8.09, okay, ja, jetzt scheiß drauf, egal, wir haben es geschafft. Aber das ist noch mal nicht. Nächste Rett. Ah, plötzlich noch zwei Fahrer, ich bin jetzt Geschwindigkeit von 233. Okay. 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 Super, super. Also 233 immer fahren, wir nehmen sie. Ja, die bleibt doch fast uns immer. Dann muss ich mal rüber in die Scheißrindel. Das war da leider auch nicht schuld. So, wir haben immer noch die Aufgabe, dass die Geschwindigkeit zu erreichen, die immer so bleiben. Ja, reicht. Die sind aber da alt an mir! Ich dachte, ich hätte die Olle wieder mal abgehängt. So geht die Verfolger hier. Aber auch viel da, ne? Ach, viel da. Jetzt kommt noch ein bisschen weg. Jetzt soll das Ding nur nach Hause fahren irgendwie. Schafft. Den zweiten Sieg ab in Folge geholt. So, es fehlt noch ein Sieg. So, wieder mal Top 3 und, äh, dann... Oh, noch irgendwas mit der Zeit. Dann guck ich gleich. Na, guck. Pardon. Okay. Okay. Ich halte noch ein bisschen, für eine gewisse Zeit auf der Linie, die ab und voll gegebenen gefahren. Ich halte noch ein bisschen. Jetzt ist es wieder da und nach vorne geht's. Und jetzt ist es wieder. Oh, da ist es wieder ein bisschen weg. Ich habe den Weg begangen. Ich bin wieder da, nach vorne jetzt. Da wollten sie mich alle von der Linie drücken. Da kam sie dann alle angeschissen. Das ist das Problem. Du kannst in der Linie runterrutschen. Dann reppelt er mit dem Gegner rum und auf einmal kam er an der Runde. Ich bin auch noch vorbei. Die zwei Anfahrten dürfen niemanden angegriffen werden. Die müssen wir auf jeden Fall stehen. Der Nächste. Ich hasse das. Du gibst viel Vollgas. Du rutschst schon vorbei, kriegst noch einen mit. Das war jetzt bloß. Meine Güte, ich. Die letzte Runde, auch für diese Aufnahmesession, ich habe das ganze Ding hier quasi in einem Rund durchgezogen. Das Spiel macht ja auch Spaß, ich habe mich wirklich darauf gefreut, als ich es gesehen habe, dachte ich mir, oh, das nimmt es auf jeden Fall jetzt mit für den Preis, die dann 8 Euro beim Gehens zu bezahlen. Ich habe es ja schon mal eingenommen, versucht man aufzunehmen, da haben wir es mir runtergeladen und da war der Fingerstand nicht, warum auch immer. Und jetzt habe ich es ja gefunden, jetzt sind wir noch ohne Problem und ich freue mich drauf, dieses Spiel halt einfach weiter zu machen. Ich weiß nicht was, mal gucken, was wir vielleicht danach machen, ich weiß nicht, ich weiß nicht, aber auch ein cooles Rennspiel finden. Übel ziehen, mal schauen. Das ist immer der hinter mir, der klebt mir so am Arsch gerade, als ich meine, die Kunden möchte da brauchen. So, die letzte Kurve hier gleich. Und hier kannst du keine Kurve nehmen, aber das nächste, was jetzt kommt. Jauchoo! geschafft 45 zähler diesmal damals ohne große zwischen die wir haben alle punkte und der ferrari california 343 für dieses ding hier danke schön nämlich weg das nächste was uns hier ansteht ist der maserati dürfte das sehen wir uns dann in der nächsten folge an da ist ein turnier mit schau mal einfach ab der nächsten folge morgen von 10 uhr bis dahin und tschüss bei drive club